hallo liebe moba freunde ich wünsche euch einen schönen guten tag einen schönen guten abend oder eine gute nacht je nachdem wann ihr das schaut bei mir gibt es etwas neues paar neue sachen hier und ich sehe gerade mein akku von der kamera ist langsam leer deswegen halte ich mich kurz und packt das video einfach in zwei teile so es gibt was neues und zwar habe ich die klebestraße abgemacht hoffentlich kann man das jetzt erkennen hier habe ich klebestraße abgemacht und habe die mit grauer acrylfarbe übermalt und die weißen striche hier also die und hier ein zebrastreifen aufgemalt habe ich mit einem weißen so rum einem weißen pelikan gemacht wachsmalstift kann man das lesen ja einigermaßen hoffe ich doch dann habe ich hier gestern das habe ich gestern gemacht das sind beet mit salatköpfen und beet mit möhe ich zeige euch das einmal von hier so und ich weiß ich habe euch einmal versprochen dass ich euch am nächsten tag die männchen zeige sie sind nicht da sie sind noch nicht da das tut mir leid aber die kommen ich werde ich werde sie auf jeden fall vorstellen so sieht von der seite mit der straße aus vielleicht kann man es jetzt besser lesen so hat euch mal ins licht gehen also das ist einfach normaler weißer wachsmalstift ja das war es auch schon mit dem video ich pack wie gesagt ich packe es in zwei teile der nächste teil wird länger ich wünsche euch noch einen schönen guten tag noch einen schönen tag oder einen guten abend wie gesagt natürlich könnt ihr meinen kanal abonnieren die glocke aktiv im ein däubchen nach oben geben da würde ich mich sehr drüber freuen dann